Surah 74 El-Muddathir Der Bedeckte Offenbart zu Mekka 56 Ayat Im Namen Allahs des Al-Abamas des Barmherzigen O du Bedeckter, erhebe dich und warne und verherrliche deinen Herrn und reinige deine Kleider und meide den Götzendienst und sei nicht wohltätig in Erwartung von persönlichen Vorteilen und sei standhaft um deines Herrn willen Wenn in den Sur gestoßen wird, dann wird der Tag ein schwerer Tag sein Kein leichter für die Ungläubigen Lass mich mit dem, den ich als Einzelnen erschaffen habe und dem ich Vermögen in Fülle verlieh und Söhne, die immer zugegen waren und für den ich alle Bequemlichkeiten bereitete Dennoch wünscht er, dass ich noch mehr gebe Nein, denn er ist unseren Zeichen feindlich gesonnen gewesen Ich werde ihm bald schreckliche Mühsal aufbürden Siehe, er sann und wog ab Darum verderben über ihn Wie wog er ab? Wiederum verderben über ihn Wie wog er ab? Dann schaute er Dann runzelte er die Stirn und blickte verdrießlich Dann wandte er sich ab und wurde hochmütig Und sagte Das ist nichts als Zauberei, die weitergegeben wird Das ist nur ein Menschenwort Bald werde ich ihn in Saqqar, dem Höllenfeuer, brennen lassen Und wie kannst du wissen, was Saqqar ist? Sie verschont nichts und lässt nichts übrig Und wird von den Menschen aus großer Entfernung wahrgenommen Sie wird von neunzehn Engeln überwacht Und wir haben einzig und allein Engel zu Hütern des Feuers gemacht Und wir setzten ihre Anzahl nicht fest Außer zur Prüfung derer, die ungläubig sind Und auf das die, denen das Buch gegeben wurde Gewissheit erreichen Und auf das die, die gläubig sind An Glauben zunehmen Und auf das die, denen die Schrift gegeben wurde Und die Gläubigen nicht zweifeln Und auf das die, in deren Herzen Krankheit ist Und die Ungläubigen sagen mögen Was meint Allah mit diesem Gleichnis? Somit erklärt Allah zum Irrenden, wen er will Und leitet Recht, wen er will Und keiner kennt die Herrscharen deines Herrn außer ihm Dies ist nur eine Ermahnung für die Menschen Nein, bei dem Mond Und bei der Nacht, wenn sie zu Ende geht Und bei dem Morgen, wenn er anbricht Wahrlich, sie, die Hölle Ist eine der größten Heimsuchungen Eine Warnung für die Menschen Für die unter euch Die vorwärts schreiten Oder zurückbleiben wollen Ein jeder wird für das aufkommen Was er vorausgeschickt hat Ausgenommen die von der Rechten Die einander in Gärten fragen Nach den Schuldigen Was hat euch in Sakkar gebracht? Sie sagen Wir waren nicht bei denen, die beteten Noch speisten wir die Armen Und wir ließen uns ein im Geschwätz mit den Schwätzern Und wir pflegten den Tag des Gerichts zu leugnen Bis der Tod uns ereilte Darum wird ihnen die Fürsprache der Fürsprecher Nichts nützen Was ist mit ihnen denn Dass sie sich von der Ermahnung abwenden Als wären sie erschreckte Wildesel Die vor einem Löwen fliehen Nein, jeder von ihnen wünscht Es möchten ihm offene Tafeln der Offenbarung gegeben werden Nein, wahrlich Sie fürchten nicht das Jenseits Nein, wahrlich Dies ist eine Ermahnung So möge wer da will Ihrer gedenken Und sie werden sich nicht ermahnen lassen Bis es Allah so will Er ist der Ehrfurcht und der Vergebung würdig